Hallo, heute zeige ich Ihnen einen kleinen Zaubertrick, wie man eine Münze aus der Streichholzschachtel verschwinden lässt. Dazu benötigen Sie eine ganz normale Streichholzschachtel, eine Münze. Die Münze geben Sie hinein. So. So. Und weg ist die Münze. Nun zur Auflösung. Ganz einfach. Bevor Sie den Trick machen, bearbeiten Sie die Hälfte der oberen Streichholzschachtel, der wo die Streichholzer liegen, der Mantel. Einfach mit dem Finger rein, kurz ein bisschen nach oben gedrückt. Dann ist das nämlich ganz einfach. Wenn Sie nämlich die Schachtel drehen, können Sie einfach kurz bei den Außen draufdrücken. Dann öffnet sich unten. Und so können Sie dann ganz einfach die Münze in Ihrer Hand gleiten lassen und verschwinden lassen. Schwuppdiwupp. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen und viel Spaß bei der nächsten Party mit dem Trick.